Hey Leute und willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Heute wende ich mich mit einem sehr persönlichen Update an euch, das mir auch sehr am Herzen liegt. Viele von euch wissen ja, ich bin seit Jahren sehr tief in die DJ-Branche in Deutschland verwurzelt. Nicht nur durch meinen YouTube-Kanal hier, sondern auch durch meine Arbeit im Berufsverband Disc Jockeys e.V. Nach reiflicher Überlegung und vielen Gesprächen mit meinen Freunden, Familien und Kollegen habe ich eine Entscheidung getroffen, die mir wirklich nicht leicht gefallen ist. Ich habe beschlossen, von all meinen Positionen, also von meiner Position als Regionalrepräsentant und als Vorstandsmitglied im Berufsverband Disc Jockeys zurückzutreten. Innerhalb des Berufsverbandes habe ich diese Entscheidung bereits am 06.02. verkündet und meine Ämter auch zu diesem Datum niedergelegt. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es nicht diesen ausschlaggebenden Grund für diesen Schritt gibt. Es ist vielmehr das Ergebnis einer langen Reihe von Erfahrungen, die ich im Rahmen meiner Tätigkeit im Vorstand gesammelt habe. In den letzten Wochen habe ich mir intensive Gedanken über meine Rolle im Verband gemacht. Aber auch darüber, wie ich meine Zeit und Energie am besten investieren kann, um der DJ-Branche wirklich einen Mehrwert zu bieten. In den letzten Jahren habe ich mich stets dafür eingesetzt, die Branche voranzubringen. Insbesondere im Bereich Aus- und Weiterbildung. Mein Ziel war es immer, etwas für die Allgemeinheit zu bewirken und zur Verbesserung unserer Branche beizutragen. Doch nach vielen Überlegungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich meine Ziele und die Art, wie ich der DJ-Community dienen will, außerhalb meiner bisherigen Rollen im Verband viel besser verfolgen kann. Ich möchte an dieser Stelle auch klarstellen, dass mein Rücktritt in keiner Weise etwas an meiner Einstellung geändert hat. Ich glaube nach wie vor an die Bedeutung des Zusammenhalts in unserer Branche und daran, dass wir gemeinsam stärker sind. Meine Leidenschaft für die DJ-Branche und mein Engagement für unsere Gemeinschaft hier bleiben unverändert. Ich werde auch weiterhin in meiner Region regelmäßig DJ-Treffen anbieten und auch dieser YouTube-Kanal wird weiter bestehen. Es ist aber auch an der Zeit, sich zu bedanken. Bei denen, mit denen ich in den letzten Jahren im Verband zusammenarbeiten durfte. Bei den Mitgliedern des Verbandes selbst, bei DJs ganz allgemein, die ich treffen und von denen auch ich lernen durfte. Und natürlich bei euch, meiner Community hier, die mich auf diesem Weg in den letzten zehn Jahren eigentlich immer unterstützt hat. Klingt jetzt alles irgendwie so ein bisschen wie ein Abschied, ist es aber nicht. Auch wenn ich heute ein Kapitel abschließe, blicke ich wirklich optimistisch in die Zukunft. Ich freue mich drauf, neue Wege zu gehen und weiterhin einen Beitrag zu leisten, der die DJ-Branche wirklich bereichert. Ich werde mich in Zukunft noch mehr dafür einsetzen, dass unsere Community wächst und gedeiht. Generell muss ich sagen, dass ich rückblickend die letzten Jahre wohl auf einer Art Findungsphase war und jetzt erkannt habe, was mir wirklich wichtig ist. Also, was mein Sinn und Ziel im Leben ist. Das klingt nun philosophischer, als es eigentlich ist. Im Grunde habe ich vor mehr als zehn Jahren hier mit YouTube angefangen, um euch meine Erfahrungen zu teilen, um Kollegen aus der Branche zu helfen. Und das will ich in Zukunft noch viel intensiver tun. Dazu war es einfach nötig, neben dem Rücktritt aus dem BVD auch noch an ein paar anderen Stellschrauben zu drehen. Nun ein kleiner Ausblick. Was ich euch schon mal versprechen kann, ist, dass die DJ-News auf diesem Kanal zurückkommen werden. Das ist nur eine der Änderungen, die wir hier am Kanal vornehmen werden. In Zukunft wird es auf diesem Kanal wieder regelmäßig Videos geben und, wie schon erwähnt, ich möchte mich noch mehr darauf konzentrieren, uns zusammenzubringen. Das nächste Video auf diesem Kanal wird ein Video über die Wave 8 sein. Ein Lautsprecher von Alpha Theta, also im Prinzip von Pioneer DJ. Und ja, ihr habt richtig gehört von Pioneer DJ. Es gab hier in den letzten Jahren einige Differenzen, die wir aber aus der Welt schaffen konnten. Wir arbeiten von nun an also auch wieder mit den Jungs von Pioneer DJ beziehungsweise Alpha Theta zusammen. Dazu werde ich aber mehr in meinem Review zum Omnis Duo verraten. Ende Februar kommen dann die ersten DJ-News. Anfang März wird es nochmal die Ankündigung einer großen Veränderung hier beim DJ-Talk geben. Bleibt also gespannt auf das, was kommt. Ich verspreche, dass ich euch auf dem Laufenden halten werde, sobald ich bereit bin, meine nächsten Schritte mit euch zu teilen. Bis dahin dürft ihr euch jetzt auch wieder auf neue Videos hier auf dem Kanal freuen. Also passt auf euch auf, rockt die Partys und abonniert diesen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn du bis zum Ende, also bis hier geschaut hast, dann bist du wirklich ein treuer Zuschauer. Ciao.